hallo meine freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar wie ihr seht bin ich gerade nicht zuhause sondern in einem flugzeug und ja ich werde euch alles später noch erzählen genau was heute abgegangen ist ich wollte eigentlich mehr filmen aber ich hatte so einen stress weil der flug wurde gecancelt und alles mögliche aber auf jeden fall bin ich gerade auf dem weg nach italien und ich wollte euch ein bisschen was mit filmen weil ich sehe halt video und auf jeden fall meine ic video also videos gastfamilie bei denen ich auch irgendwie jeden tag gefahr und wir sehen euch bis zum film und dann viel spaß vor dem video so lions roaring in the morning sun searching for a longer day hi meine freunde und wie ihr sehen könnt bin ich gerade in italien bei video und und ich habe heute morgen haben wir die amerikanische familie also ihre amerikanische gastfamilie verabschiedet und das recht ist echt radisch nicht so gut auf jeden fall guck mal wie schön jetzt etwas richtig schön wir haben einfach so ein geiles haus hier aber auf jeden fall wollte ich euch ein bisschen mit filmen wir haben ein paar sachen einblenden so die ich hier in italien gesehen habe und sehen werde und ich komme immer noch nicht auf diesen ausblick klar auf jeden fall ja ich versuche jetzt noch ein paar videos machen nächster zeit auch vor allem wenn ich auf bali bin und freiwillige arbeit mache das mache ich übrigens mit step in nur so für die die es interessiert und ich glaube ich werde noch mal so ein q&a oder sowas machen und ja viel spaß bei diesen ganzen frönen eindrücken von italien sowas machen sowas 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 Das war's. Das war's. Das war's.